TV-Überregional Liebe Besucher, ich möchte Ihnen hier noch einmal unseren Petit Flair vorstellen, kommen Sie uns reichlich besuchen, vor allem auch am Samstagvormittag und zwar in der Zeit von 10 bis 12 Uhr haben wir ermäßigten Eintritt, das heißt jede Eintrittskarte kostet nur 3,50 Euro, Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr. Außerdem möchte ich Sie gerne aufmerksam machen auf unser Gattenrätsel, das auf unserer Homepage ist, dort müssen Sie eine Pflanze, den Namen raten und die Familie, dann gewinnen Sie zwei Eintrittskarten für den Petit Flair. Gerne können Sie sich dort auf der E-Mail-Adresse die richtige Lösung und Sie können hier kostenlos zu unserem Petit Flair. Noch einmal die Aktion Samstag von 10 bis 12 Uhr ermäßigten Eintritt, jede Eintrittskarte nur 3,50 Euro. Jetzt sind wir durch. Oh mein Sie sparen jetzt hier fast 40 Prozent, denn bei Globus, da ist die Welt noch in Ordnung, daher kommt drüber, kommt her, nehmt euch hier noch einen Kräuterkork mit nach Hause. Wir haben jetzt hier verschiedene Kräuterkorken, heute hier fast 40 Prozent, also kommt her, nehmt euch hier noch was mit nach Hause. In dieser Cocktailbar bekommen Sie hier einen Globus Caipirinha. Ich gebe mein Bestes, dass es nicht zu vieler ist. Gönnenwald, jetzt kommt ein kleinesaust Miller, so hat es für die 70 % geschenkt, wenn man sie nicht übt, hält mit dem Bogen. So St 57 % Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 TV-Über-Regional